Hallo zusammen, ich habe heute für euch einmal der Shampoo 3 mitgebracht und zwar aus unserer Clarifying Serie. Der Shampoo 3 ist ein intensives Peeling Shampoo, was durch seine mildalkalische Formel mir beispielsweise es ermöglicht, auch Chlorischstände aus dem Haar zu entfernen. Mein Tipp für euch ist es, nach dem Shampoo einfach nochmal einen Conditioner zu verwenden, um eine tolle Kennbarkeit und Geschmeidigkeit im Haar zu erreichen. Ich wünsche euch viel Spaß damit, probiert es aus, love, peace and happiness.